Herzlich Willkommen hier im Isan. Heute geht es wieder zur Familie, zur Farmerfamilie. Heute besuchen wir die drei Brüder von der Oma. Also ihr wisst ja schon alte Leute zum Teil, aber wir fahren also in ein Gebiet, wo früher der Kommunisten zugesprochen war, dass es ruhig gibt. Untertitelung. BR 2018 Oho, ein Haufen Hunde. War ein bisschen aussehen. Oh, das sind lauter kleine. Lauter kleine her. Ja, was ist los? 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 Ja, du kleiner Quasch da. Oje, 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 oje. Gemb mir noch. Gold ist. Gold ist, happiness. Da kommt die alte Mutter. Servus! 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 So-a-a-a-a-a-a-a-i-dou-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Ach, das ist das. Die Schwester ist doch da. Sorte! ja natürlich klar das sind ja da auf den feldern die altmutter 82 ja aber das sieht unser oma noch gut aus mit 280 da ist unser oma noch fit mit 82 so die gab um ja ja Kann ich nicht, es ist ein Quizzeil von Drauen? Das ist auch ein Film. Kann ich. Kann ich nicht um einen Film aus, es ist mein Film oder? Kann ich, kann ich. Kann ich helfen? Ich habe es gelesen. Kann ich zu dir? Ja, liebke ich. Kann ich auch ein Film auch? Kann ich nur sehr viel machen? Meine Damen und Herren sind dann nicht so many sehen. Die sind die sehr sehr einfach sehe. Da läuft doch Rind ab, guck ja uns, dass die Hunde ne beise. Ja Alena, die Verbindung ist hier sehr schlecht. Sorry Leute, das wird jetzt nicht so schärisch, dass du Zeit hast. Ja, also die Hunde beschützen das Haus doch ganz gut. Mach mit Garten. Das hat leichtes auch die Hunde. Ja, die Hunde. Servus. Ah, okay. Ah, die Hunde. Die Hunde. Seht ihr, die tut jetzt der Reisto abschlau. Seid ihr wieder da? Hört ihr mich? Seht ihr mich? Ja. Ja. So, wer zusammengebunden? Wer zusammengebunden? In dem Beutel da? Ja. 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 Und das essen die Rinder noch, ne? Das so kriegen die Rinder noch. Wenn's fertig ist, wenn der Reis rausgeschlagen ist, da kommt also hier in so einen Beutel drin, in so ein kleines Netz. Ja. 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 Ja, Da haben wir gerade Reis. Kommt dann feindlich. Kommt den durch die Dinger, Säcke nimm. Er hat zusammengebunden. Und dann mit dem Stecken draufgeschlagen. Hey, hallo Robert. Einen wunderschönen Morgen, DJ Robert. Wir sehen ja gerade, wie der Reis hier rausgeschlagen wird. Wird zusammengebündelt und dann mit dem Klöbel drübergehauen, sodass der Reis sich lösen tut. Das ist jetzt noch Reis, wo noch die Schalen drumherum sind. Das ist Klebereis, Leute. Ja, Klebereis sei nicht schlecht, finde ich auch. Oh, ich bescheu dich. Oh, ich sehe ihn nicht mehr. Sheritat euch nicht mehr. Was bist du? Oh, ich sehe die Schalte. Ich stimmte sieben Menschen. Was war das hier? Da ist jetzt das Internet gut, aber da war es schlecht. Der Karawain ist auch noch hin gesippelt. Ich kann nicht ohne mein Mann. Nein, ohne mein Mann kann es nicht. So muss er sein. Nein, ich gehe auch hin. Geh du alleine oder nein? Oh, die Hatsch. Jetzt aber. Kannst du gerne hinneubleiben. Ich kann dich gerne bei ihm. Ich kann nicht alleine. So ist es. Seht ihr, so wird der Reis da rausgekloppt. Tatsächlich. Ich habe auch nicht gewusst, dass das so ist. Ach so, man macht es auch nicht. Ach so, ich kenne mich doch nicht aus, Frau. Komm, machen wir gleich Bilder von wie Karawain das macht. Ja, ich will auch. Ja, ich will auch. Ja, ich will auch. Ja, Leute, wenn man halt im Isan unterwegs ist, wenn es nicht so kühlt. Komm, dann gehe ich auch mit nochmal. Ach so, ne? Da kannst du halt nie so. Mit dem Internet steckst du halt nie so drin, ne? Ja. 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 Ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir laufen jetzt weiter, behindert uns nämlich jetzt Reisende, das gucken wir uns jetzt an, auf die alte Art, nicht mit Maschine, sondern mit Hand. So, da wird es echt zum Trocknen gehauen. Hier wird der Kreis erst ausgeledert, zum Trocknen. Später, wenn er getrocknet ist, wird er in so kleine Päckchen gepackt, wie ihn er vorhin gesehen haben, wo man dann außen erschlägt. Moins über Moins. Ach, das ist so, das Ding wieder verpflichtet von. Von Feld zu Feld sind immer diese Überläufe, überall sind Netze dran gemacht. Wenn die Felder vollgelaufen sind mit Wasser, ist das nämlich so, dass dann Fische drin sind. Ja, so wollen sie Fische halt immer fangen. Die fangen sie dann mit den Netzen, wo sie an die Überläufe drauf machen. 700 Bad, jetzt seit 700 Bad, vorher 600 Bad oben und jetzt seit 700 Bad. Und was, keine, und wie viel gerät so? Und was, keine, und wie viel gerät so? Also, ob man jetzt, also, das ist natürlich aber so Rechnung, ne? Also, 1600 Quadratmeter, wie du oben schon sagst, früher 600, jetzt 700 bei ihnen da, ja? Und da mit der Hand kriegt aber jeder Arbeiter am Tag 300. Ob sie es rentieren, das weiß man nicht, weil es auch viele sind, die halt lieber saufen wie schaffen, ne? Ja, mach du, mach du. Ich muss doch filmen. Nein, nein, lass uns ruhig machen. Lass mal die Korn, lass uns mal Reis holen. Hey, Tameng, mit Scheitang, Vieh! Lass mal die Korn noch mal machen, ne? Moment. Sind dann noch Reisende, ne? Wie kommt ihr denn, ne? Ja, die Korn hat noch das Reisende, ne? Oh, da mehr, mehr. Oh, komm mal. Nein, wir sind hier nicht. Wir haben hier einen Koi, hier ist der Koi. Wo? Der Koi? Der Koi? Der Koi? Der Koi? Ach so, aber... Ja, ich verstehe gerade, ja? Ja. Aber ich habe einen Koi, der Koi! Uwe, woher hast du das gewiss jetzt? Ich habe einen Koi. Allein Koi? Ich habe einen Koi. Ich habe einen Koi. Ich habe einen Koi. Ich habe eine Rechnung, dass es immer so eine komische Sache bei den Thailändern ist. Gut, ich denke halt immer so, das, wo die Maschine vielleicht nicht drin kommen. Oder wenn sie bloß eine Reihe oder sowas haben, dann machen sie. Sind ja vielleicht... Sind ja vielleicht... Dann die Familie auch nicht. Oh, hopp, mach's doch ganz gut, Frau, ne? Also hat jeder Sens in der Hand und unterhalb vom Stängel muss abgesenzt werden. Da kommst du! Ja! Da kommst du den Pfand dran! Dann, doch! Oh, da, ich hab mal! Jetzt. Ach, mach's doch! Den haben wir, wir sind jetzt jetzt mal, wir sind jetzt noch! Wir sind jetzt mal wieder! Morgen hier, wenn wir sind. Mal wieder. Oh, aber dann. Nehmen wir auch gleich, wir sind hier. Mach! Dann haben wir jetzt auf den Brd hin. Ja, das ist auch gleich. Jetzt, da kann man es auch auf den Brd hin. Jetzt sind wir wieder an der Stelle, ne? Denke ich mal. Er hat gesagt, vorher 600, jetzt zahlen sie 700. Ja eben, Peter, das hat er ja auch gesagt, ne? Na, Alter Hoppschatz, kannst du doch ganz gut. Wie viel soll ich dich holen? Komm, ich mach auch mal Reis. Schatz, komm, lass mich auch mal machen. Ja, ja, ich bin gleich hin, ich pass schon auf, dass die Sens mich nicht schneit. Ach, mein Koran. Geh, das machen wir jetzt auch, jetzt schneiden wir auch mal Reis. Ich hab schon früher Hasenfutter geholt mit dem Sens, weil ich auch Reis schneiden kann, ne? Die haben aber alle Handschuhe, ne? Ne, nicht alle, die zwei nicht. Komm, dann guck die Kalle auch mal, dass er reistet. Komm, dann guck die Kalle auch mal, dass er reistet. Aha. Ja, wenn er umgeknickt ist, klar. Wenn er umgeknickt ist, reist er schwierig. Das ist richtig. Kann ich mal vorstellen. So kann man eine Schere abschneiden mit dem Sens, ne? Ach so, das ist also gestreut. Ach so, wo die kann da hinfliehen. Ach so, wo die kann da hinfliehen? Ach so, wo die kann da hinfliehen. Also interessanter ist ja noch, wenn der Reis, ich war damals so gewesen, wie der Reis gerade gesetzt war. Oh, das ist ein Abend, Leute. Mein Lieber, Mann. Ich kann es euch sagen. Ich hab vielleicht das 10 Minuten gemacht. Ich sag euch jetzt langsam, aber. Was da das Kreuz wird, da musst du jeden einzelnen Halm, musst du nicht stecken. Die werden erst, weil die große Putsche, das steht alles zusammen, und die müssen eine ähnliche Stochware, ne? Dann kommen die jungen Sitzlinge, die werden rausgeholt und dann wieder getrennt gemacht, ne? Ja, ja, hast recht, Peter. Du hast recht. So, komm, lass mich auch. Lang dir jetzt nicht. Ach, Korabon. Hey, hallo, Säule. Ja, ach, wir haben ja mal zusammen gemerkt, dass ich die K supuesto hier in die Kamera in die Kamera war. In den Kameras schon. Als Chin der Oktober hier. Dann tut es. Da, woher alles nicht. Ich mach das auch. Ich hab das alles zusammen. Aber zweimal, also. Das Halsschlezt. Und guck doch bitte in die Kamera, wo du hier filmst. Und du da filmst? Ja, 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 ja. Aufhädie, denn da war wohl. Oh, hä. Aufhädie, da bist raus. Und da ist mein Kabel weg, ne? Aufhädie, daうang. Oh, je, mein Frau. Wir wollen das so einfach sehen. Drei, ich finde es um K experience. Immer so kIEG. Wir haben das so einfach Stewart. Näh, hier kann man mit K 다음에. Oh, ich hoffe gerade. Es ist Geld. Ja, hier kann ich. Ich habe den kleinen Kuchen. Schauke Leute. Das B gazee. Da kann ich mich nicht so machen. Ich weiß nicht! Hier sind wir es! Ist das wichtig? Nein. Oh Gute. Oh nein, der nicht so gut, Frau Schill. Warum nicht? Nein, der nicht so gut, Frau Schill. Stamm auf die das hier und hier und hier ist es. Oh, es geht nicht so gut. Nein, nein. Nein, das nicht so gut. Jetzt ist es hier. Gott ist nicht so gut. Der, der wieder einmal ab. Oh, dann um die quand die Hände zu bieten. Ich kann nur die Hände. Da mal die Hände. Jetzt, diee ein. Das ist so zuviel. Was sagte. Was mit der greifen. Das war das hier, der greifen. Nein, das nicht. Den wir sehen wollen. Schau mal einfach. Ja. Das ist das. Das ist das. Wissen? Die müssen wir das. Ich habe hier. Ja. Ja, 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 ja. Ihr habt immer Angst, dass man die Finger abschneidet. Also Leute, ich weiß, warum ich keinen Reiß. Schrei doch nicht so, aber ehrlich Peter, da hast du recht. Die schreiten, die Kamera, wie bei uns am Sterbe ist. Das kann Sinn, Peter. Deswegen hört sie mir so schlecht. Ja, dann haben die alte Frau immer Buckle im Gehastrecht. hey hallo säule servus viel anderweitern recht der reis ist nur für die familie oder das ist reis da geht ins ausland sorde ja für den expat der reis für den expat also wenn er jetzt reiskarfe im supermarkt denkt er darauf hat vielleicht der kalmuser hand dran gehad kann man mal werbung für thai reis also maschinen schon mal verteilen und überleg unter die maschinen durchgeht denkt die fünf leute die kriegen schon die kriegen schon zwei drei die oma beirat bleiben Oma soll Bayern bleiben, das können wir machen. Kein Problem, wenn die Oma nicht will. Gute Idee, Schatz. Guck mal die Hände waschen. Aber nicht gut. Mit Schuhen. Ohne Schuhe. Du musst ohne Schuhe. Ich will mal Hände waschen. Na komm, schick mal gerade wieder die Hände mal. Leer nur. Kaukbau, Fahy bete επι. Kein Problem, ich bin hier. Los, bitte, die Hott in meinem GeHAH-U. Guck mal wieder die Hott. Sie sind viele davon aus. Hier kommt schon für vier Wochen. Guck mal hier los. Guck mal hier. Guck mal hier. etern. Guck mal hier. Guck mal hier. antes Hott weit oben. Es gibt, dass Kuhkau einbues, wenn Kuhkau nicht das, wenn Kuhkau nicht hin. Oh, komm mal kap, komm mal kap. Na, wenn ich dann immer so, dass ich hübsch bin. Oma sagt, wie ein hübscher junger Mann. Hübscher junger Mann, das ist gut. Lug sei mein Mann. Kapp. Lug sei, Lug sei. Lug sei. Lug sei, Lug. Lug sei Lug. Lug sei, Lug sei. Lug sei, Lug. Lug sei. Kapp. Ach, gullig kallt, oder? Ja. Denne film, ich da und habe Belt,inde. Leute, es wird gleich wieder besser, wir fahren jetzt hier weg, wir gehen zu unserer nächsten Destination, Leute. Genau, das ist jetzt Lotte Deng, Lotte Deng, jetzt wissen wir das mal, Lotte Deg ist anders, das ist Lotte Deng. Oh, eine kleine Fahrerin haben wir auch noch, Lotte Deng ist also quasi so Zwerad, Zwerad, das ist Lotte Deng in Thailand, Lotte Deng, das sind die größeren, das ist Lotte Deng. Also zwei Tonnen Deterzien, zwei Tonnen Deterzien, Leute. Mein lieber Mann, hey, hallo, servus mein Freund, guten Morgen Baggi, hallo Rakila, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Also zwei Tonnen Deterzien, Fahrzeug hier ziehe, mein lieber Mann, hey, ach du Heiliger. Zwei Tonnen, das hätte ich jetzt nicht gedenkt her. Für mich sieht es aus, wie man das gar nichts bezieht. TF 165 LM. Mö, Mö, mö. Mö, Mö, Mö. Mö, Mö, Mö. Mö, Mö. Mö, gaze, Mö, Mö, gazee. Mö, gazee, Mö, gazee. Mö, gazee, Mö,ение am SAYe. bauer fährt mit so einem ding drum herum oder wie ist das was denke ich habe keine ahnung aber ich stelle mir das jetzt einfach mal vor das ist so eher so so dinge wo man für den privat gebraucht hat wo man so zwei drei tausend grad mit der grundschicht hat was sie hat hühner ach kai kai dead auch du scheiße Es gibt eine Kronnige. Was haben Sie? Die Kronnige. Ach so? Jetzt gibt es die Kronnige. 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 Nein, sie haben keine eigene Hunde. Die Kronnige. Die Kronnige. Die Kronnige. Die Kronnige. Das ist eine Froschfalle. Die Kronnige. Sie haben eine Fresse. Schlapp, die Kronnig. Schlapp, die Kronnige. Eine Froschfalle ist das, ne? Ja, nix wie, Leute. Ah, so, okay, jetzt. Befruchtete Eier. Das sind befruchtete Eier. Befruchtete Eier. Befruchtete Eier, wo Junge rauskommen sollen. Schlapp mal vor die Welt, das gleiche. Mach ich lieber, entschuldige. So, das Internet wird auch gleich besser jetzt, Leute. Wir gehen aus dem Loch hier raus. Wir sind hier mit in den Feldern, Leute. Wir gehen aus dem Wasser, dass wir eine große Mufe zu sprechen kaufen. Ich darf nicht essen essen, also sagen, peth mein dai. Ich will zu machen, w출zen, ich Frage, wie viel taol räil ist. Aber PENG ist sehr hoch, also sagen, leid daimai. Ich weiß, Leute geht's nicht. Untertitelung des ZDF, 2020